Was ist das Problem für die Argumentation? Wir sind ja nicht blind für all die Argumentationen, die wir an den Weg gefordert haben. Das ist ja das. Ich resumiere es. Ja, wir haben ein Kompetitivitätsproblem oder Rentabilitätsproblem. Aber generell an so Lützebüsch wird kein Kompetitivitätsproblem. Wenn man das Ausland vergleicht, dann gibt es auch verschiedene Bereiche, wo man versucht hat. Wenn man die Mindestlohn und die Betriebe von Lützebüscher betriebe, dann kommt man an dem Moment, wo man den Mindestlohn hat. Ich möchte ein paar Schiffen geben. Sie schiffen aus dem Jahr 2016 und zwar ein Kompetitiv. zwischen Lützebüsch, Matbel, Frankreich und Deutschland bei drei Bereichen. Der Industrie, der Konstruktion, das sind wir hier am Bauhandwerk, an dem Kommerz, am Handel. In 2016 an geht Heidrums im Kurssalarial horär. Das sind die Lohnkästen an den Bereichen, die wir genannt haben pro Stunde. An der Industrie, Lützebüsch, 1,8 Euro. An Frankreich, 1,3 Euro. In Deutschland, 1,3 Euro. An der Belgien, 4,4 Euro. Gut. Zumindest, mal am Niveau von dem Kurssalarial horär, gilt das Argument nicht für Lützebüsch, die Lohnkästen, die wir in irgendein Kompetitivitätsproblem schaffen. Dann kommen wir zur Konstruktion. Nehmen wir Bauhandwerk. Ich komme gerne nach der Pressekonferenz zurück. Lützebüsch, 25,2 Euro. Frankreich, 31,4 Euro. Deutschland, 27,1 Euro. An der Belgien, 34,4 Euro. Auch da die seltsame Markte wie bei der Industrie. Da kommen die Kurssalarial horär. Am Handel, Lützebüsch, 21,8 Euro. Frankreich, 3,4 Euro. Deutschland, 27,1 Euro. Belgien, 1,2 Euro. Und da bemerkt ihr, du hast die einzige Platz, wo dann eh für die europäischen Länder, an engem Bereich, dann Lohnkästen heute hin in Lützebüsch, leihen das dann Deutschland am Kommerz. Und das wird. Das wird 2021 sein. So, wir sind nicht die, die normalerweise alle Dächer so Statistiken präsentieren. Wir wollen immerhin, die selbst leihen können, dass Lohnkästen heute zu Lützebüsch zu heisch sind. Da könnt ihr schon den Dächer, wo noch die Druck muss, muss entfrennen, an der das Heimat geschieht. Und da können wir den Weg gehen. Dann hätten wir uns das Gefühl, dass wir uns das Lützebüsch zu tun haben. Untertitelung des ZDF, 2020